Fackt mit den Pests, Aschi! Das wegen wird zu heiß! Gib das mit mir! Los mit! Das soll ja so sein! Lass, lass, lass! Ab in die Ecke! Zack! Die Ecke! Die Schwerfläche ist hinter dieser Tür. Zeigt, was ihr könnt! Für höhere Gemächtigkeit! Verzeihung! Lausige Flammenlegion und ihr flottiges... Jetzt aber! Ich ruf eure Macht an! Das ist ein Überlebnis, du. Ich verstehe, Sron. Bis nicht, wo es ist. Ich bin bereit, alles zu besingen. Buff, wird langsam drückt mit dir drin. Wie wär's mit etwas frischer Luft? Wie wär's mit etwas frischer Luft? Wie wär's mit etwas frischer Luft? Ich will doch nur die Körteneinstellung anpassen. Ja, ich bin zu gewöhren Gewichtigkeit. Feuer, ab und ab! Oh! Oh! Oh, nein! Wicht. Was ist das? Das war's. 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 Das war's.